Hallo, ich bin Jasper Biasse und wir machen 24 Seconds. Mein Career-High war in der U14 79 Punkte. Mein Lieblingsessen ist Schnitzel. Mein verstecktes Talent… Boah, weiß nicht. Ist versteckt. Ich bin ganz gut im Zocken noch, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es ein verstecktes Talent ist. In welcher Arena würde ich gerne mal spielen? In der von Los Angeles. Da würde ich gerne mal spielen. Ich lese keine Bücher, leider. Aber das letzte war Mamba Metalle, das Buch von Kobe. Hi, das waren 24 Seconds mit Jasper Biasse. Wir sehen uns in der Halle. Ich freue mich auf euch. Bis dann.